Heute sind wir auf dem Weg, eine Bootsfahrt am Tsuhari-Fluss hier in Goa in Indien, um Vögel zu beobachten, zu unternehmen. Dazu muss man sich früh aufmachen, denn Vögel und sonstiges Getier beobachtet man am besten in den frühen Morgenstunden. Nach ca. 30 Kilometer Fahrt von Banjim, der Hauptstadt Goas, sind wir schon an der Brücke über den Tsuhari-Fluss, wo gleich dahinter unsere Bootsfahrt beginnen wird. Unser Treffpunkt ist hier unten am Fähranleger, unser Boot ist bereits da, die Fischkutter nebenan liegen noch im Schlaf, nur die Krähen und der vorbeikommende Zug unterbrechen die Morgenstille. Frau Kamat erwartet uns schon, nachdem ihr Mann 2016 leider völlig unerwartet verstorben ist, organisiert sie jetzt diese Bootsfahrten in seinem Sinne und setzt so zu unserer großen Freude das Vermächtnis ihres Mannes neben ihrem Beruf als Ärztin fort. Vielen Dank! Während der Wintermonate findet man den großen weißen Reier hier an den Flussufern in großer Anzahl. Besonders wenn sie bequem morgens bei Eppe sich die Fische aus den Netzen der Fischer bicken können. Aber so frech wie sie sich bei Gelegenheit ernähren, so scheu sind sie auch. Kommt man näher als 30 Meter, flüchten sie. Dieser unerschrockene Freund ist völlig auf die morgendliche Futtersuche konzentriert. Es handelt sich um den gemeinen Eisvogel. Er ist der farbenprächtigste, der schönste unter der fünf Spezies der Eisvogelfamilie. Hier sehen wir einen indischen Deichreier in Aktion, wie er gerade akrobatisch nach einem vermeintlichen Fisch schnappt, aber leider scheint es nur ein Blatt zu sein. Kurze Zeit später ein anderer, der wohl auch eine Beute ausgemacht hat, stoßt aber mit seinem Schnabel erfolglos ins Wasser. Das hier ist ein Weißkelch-Eisvogel. Man findet ihn hier in Goa häufig. Er brütet früh im April bis Mitte Juli. Dieser, der in sicherer Entfernung weit oben auf einem Ast hockt, ist ein selten anzutreffender Halsband-Eisvogel. Eisvögel fliegen extrem schnell. Sie im Flug zu filmen, ist reine Glückssache. Dass ich diesen seltenen Schwarzkappen-Eisvogel außerdem noch in Zeitlupe beim Abflug filmen konnte, freut mich ganz besonders. Die lokalen Jungs, die hier das Boot steuern und uns die Vögel zeigen, um dann mit dem Boot auf Aufnahmedistanz heranzufahren, entdecken die Exoten mit ihren Ferngläsern schon lange bevor wir überhaupt etwas entdecken. Ohne ihre Vogel- und Ortskenntnis würden wir hier ziemlich blind herumähren. Dieser Fischadler beobachtet uns argwöhnisch aus sicherer Entfernung, fliegt aber zum Glück nicht weg. Kurze Zeit später entdecken wir einen eurasischen Sperber. Er bevorzugt eher offene Flächen in Feuchtgebieten. Dass er sich hier am Flussufer aufhält, ist eine Seltenheit. Unsere Begleiter sagen uns, dass wir uns nun im Kanal mit den Krokodilen befinden. Und da entdecken wir bereits welche, die sich in den Mangroben verstecken. Als ich vor Jahren diese Tour mit ihren Kamaten unternommen habe, war ich sehr überrascht, hier Krokodile zu sehen. Es sind aber Süßwasserkrokodile, die ernähren sich ausschließlich vom Fisch. Um die 50 Exemplare soll es in diesen Seitenarm des Suare geben. Aber in anderen Bundesstaaten in Indien gibt es sehr wohl Flüsse mit gefährlichen Salzwasserkrokodilen. Man sagt, dass soweit sich hier die Fische zurückerinnern können, noch nie ein Mensch zu Schaden gekommen sei. Trotzdem, ob ich zum Beispiel mit diesem ausgewachsenen Burschen hier ein gemeinsames Bad nehmen würde, also ich denke sicher nicht. Nachdem wir auch die Krokodile gesehen haben, treten wir nach zweieinhalb interessanten Stunden Erkundungsfahrt nun die Rückfahrt an. Mitten im Fluss entdecken wir auf einem Pfahl diesen Fischadler. Er verspeist gerade sein Frühstück und ich bin froh, dass er so lange sitzen geblieben ist, bis ich wenigstens einige Sekunden Film von ihm in der Kamera hatte. Gerade denke ich an Herrn Kamath, der uns und auch sicher auch tausende vogelbegeisterte Touristen bis 2016 mit seinen Bootstouren kompetent in die Vogelwelt hier am Suari-Fluss eingeführt hat. Leider ist er nicht mehr unter uns und das ist sehr schade, aber seine Freunde, die exotischen Vögel sind noch hier, sie tragen sein Wirken hier am Fluss und unsere Erinnerung an ihn weiter. Obwohl Goa nur etwa ein Drittel so groß wie Österreich ist, kann man hier wie nirgendwo in Indien je nach Jahreszeit auf 450 verschiedene Vögel treffen. Geschuldet ist das natürlich der besonderen Natur, den großen Wasserflächen, dem Naturschutz und dass die Bauern hier keinerlei Pestizide verwenden. Deshalb war es möglich, dass wir in so kurzer Zeit so viele interessante Vögel sehen konnten und hoffen und wünschen uns natürlich, dass dieses Vogelparadies noch sehr lange so erhalten bleibt.